Aber du bräuchtest theoretisch keine Angst davor. Ey, das Ding ist so hässlich. Was ist das eigentlich? Das ist irgendeine Spinne mit so einem Faden auf dem Rücken. Wie kann man so ein Fiends-Team nehmen? Das verstehe ich nicht. Aqua-Knarre! 12 ist. Brügel, kleine Kinder. Ja, wir müssen denen mal ein bisschen Manieren beibringen. Der hat immerhin auch so einen komischen Hut auf. Oh, Anton. Anton ist interessant. Aber trainieren wir auch nicht. Obwohl, Anton würde jetzt ein richtig gutes Team passen, ne? So ein Team aus nur Enten. Einfach alles Enten im Team. Anton, Entoron. Ja gut, und Quax. Ich glaube, andere gibt's gar nicht, oder? Ist noch eine andere Ente? Da ist er, Anton. Was ist das denn? Oh, das ist Meryl, ne? Du isst sie? Oh, Alea, ey. Hä? Warum ist das da rausgekommen? Bleibt da drin. Ich hätte doch nicht noch eins, würde meine Oma jetzt sagen. Ich früge sie trotzdem, dann isst du sie. Das ist schon sehr kinderfeindlich. Ich distanziere mich davon. Ich als professioneller Vollzeit-Streamer, der unzählbare Werbepartner hat, distanziere mich von dieser Aussage. Entoron, muss ich trotzdem fangen. Wenn man einfach so dahin rennt und dann so. Aber schade, dass man hier die nicht einfach so werfen kann. Oder ich check's nicht. Find's ein bisschen komisch. Was ist denn das da? Noch eine Ente? Hä? Was ist das? Was ist das denn? Komm raus! Hä? Kommen die nicht jetzt einfach so raus wieder, oder? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann man schwimmen? Wichtigste Frage? Glaube nicht, bestimmt nicht. Du hast es irgendwie aus dem Meer, aus dem Wasser geschafft. Ja, war ja auch super gefährlich. Ich glaub, die kann ich noch nicht fangen. Das ist dick da auf Wisch bestellt. Ah, so kämpft man gegen das Ding. Einfach anrempeln. Das macht Sinn. Nee. 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 Das heißt jetzt nicht Schlick da, oder? Nein. Also Pokémon wird immer einfallsloser. Ey. Das heißt doch jetzt nicht einfach Schlick da. Das kann doch... Nee. Kannst du doch keinem erzählen. Ja, mein Handy kann man so ziehen. Das reagiert schon wieder. Hä? Jetzt hab ich's einfach gekillt. Einfach Schlick da. Warum kann ich jetzt da nicht gegen kämpfen? Hä? Was? Ich check das nicht. Egal. Vom Schlick da hat das Feature hab ich grad gesehen. Boah, guck mal. Quack. Äh, mein... Mein Pokémon schwimmt. Carpardor ist auch am Start. Carpardor, was geht. Boah, irgendwie ist das total eklig, hä? Das muss man ins Team nehmen. Das ist eklig. Also wir trainieren's nicht, aber wir nehmen's erstmal ins Team. Möchte gucken, was daraus wird. Das ist irgendwie total komisch, das Ding. Und erinnert mich an ganz komische Sachen. Äh, äh, das heißt Diktar. Äh, ich hab's einfach Diktar genannt. Was ist denn das Ziel? Alle acht Orden zu sammeln, Pokémon-Meister zu werden und alle Pokémon im ganzen Spiel zu sammeln. Das ist das Ziel. Mit einer Armee von Schlickdars die Weltherrschaft erlangt. Das ist das Ziel. Genau. Wir brauchen mehr Schlickdars. Die ganzen Hässlingen. Was ist er denn? Achso, ja, ich dachte, das wäre ein Pokémon gewesen. Er winkt mir, er winkt mir so zu. Vor allem, damals so die Trainer, die standen einfach am Rand und wenn du die angeguckt hast, zack, kämpf mit mir. Und jetzt winken die dir und sagen, komm, ich möchte kämpfen, bitte. So richtig komisch. Oh nein, ich wäre fast runtergefallen. Jetzt habe ich den Shit geguckt. Nochmal Sternenschauer. Hä? Wir haben doch schon einmal Sternenschauer gehabt. Naja, okay, machen wir erstmal wieder einen Kampf gegen den Dude. Wieder kleine Trainer verprügeln. Zwölf ist. Angriff mit. Lügelschlag. Hau ihn so richtig unter die Ohren. Ja, gesund werden hat echt immer oberste Priorität. Scheiß drauf, was ansteht oder so. Gesund werden ist immer Nummero Uno. Die haben was gezeigt. Jetzt fühle ich mich besser. Pokémon hat noch volle KP. Ja, du musst ja auch einen Angriffs-Move einsetzen. Hallo? Wenn du mich nicht angreifst, den kann ich auch nicht verlieren. Guck mal, wie schlägt da einfach... Ey, ne. Also eigentlich müsste man das Spiel einfach mal durchspüren. Mit sechs schlägt das. Einfach so aus Protest. Okay, wir sind in der nächsten Stadt. Mal gucken, was hier so abgeht. Poké-Center, Link-Kampf und Tauschen. Oh, Mrs. Joy. Schwester Joy. Das ist ein Pokémon-Center. Hier gibt es einige nützliche Dienste für Pokémon-Trainer. In diesem Schalter hast du Zugriff auf die TM-Maschine. Hier kannst du technische Maschinen, TMs herstellen. TMs werden verwendet, um deine Pokémon Attacken beizubringen. Man kann craften, um eine TM herzustellen, benötigst du LP sowie von Pokémon hinterlassene Materialien. Hey, das ist cool. LP sind mega nützlich. Die kannst du an dieser Maschine oder eben auch in Läden ausgeben. Ich habe eine ganze Menge davon. Hier, ich gebe dir welche ab. Jo, die gibt mir eben 5000 LP. Okay. Und die sind auch für dich. Ja, äh, hä? Was schenken die mir eigentlich noch alles? Durch Drücken der R-Taste kannst du das Pokémon an der Spitze deines Teams losschicken. Es kämpft dann eigenständig gegen Pokémon in der Nähe. Eigenständig? Was? Okay, das müssen wir austesten. Und gleichzeitig die Umgebung erforschen. Hey, das ist cool. Wir machen einfach Battle Royale irgendwo. Oh, Autokampf und Craften. Wie cool. Hä, cool. Hä, wie geil ist das denn? Hä, das rennt ja einfach weiter rum. Was? Wie geil ist das denn? Wie cool. Hä? Das rennt einfach rum und verprügelt jedes Pokémon. Hä, wie brutal. Wie brutal. Wie brutal ist das denn? Du musst da hinsehen auf welche. Schnapp sie dir. Erledige sie. Hey, das ist so eiskalt, ne? Guck mal, er rennt sogar hinterher. Er rennt einfach hinterher. Guck mal, Anton. Er denkt sich so scheiße. Lass mich hier ruhe, du verrückter. Und er rennt einfach hinterher. Wie gut ist das denn? Also das, das ist, das ist schon genial. Er rennt. Das mag ich. Das geht schon schneller. Aber ich vermisse diese Funktion, dass man auch so Pockebälle werfen kann. Wie bei Legenden Azois, wisst ihr? Dass er nicht nur die Pokémon auch so platt macht, sondern dass ich auch die so fangen kann, ohne in einen Kampf zu gehen. Eiscreme. Oh, hä? Ich kann mir echt Eis kaufen. Was? Schoko-Minzeis. Eis mit starkem Minzgeschmack und bitterer Schokolade, von dem man einfach nicht genug bekommt. Raidkraft. Maxikraft. Eikraft. Was ist das denn? Esskräfte. Ja, also Esskräfte sind aus dem anderen Pokémon-Spiel, ne? Da bin ich jetzt nicht so bewandert drin. Ist da noch irgendwas Spannendes? Oh, hier, guck mal. Dunkles Tauros. Einfach mal in fremde Häuser reingehen, ist immer gut. Aber die Türen scheinen auf jeden Fall zu zu sein. Naja, gehen wir zur Akademie, ne? Düsen wir da hoch. Let's go. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Ich auf jeden Fall. Vielen Dank.